Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Kennt ihr noch diesen typischen Spruch damals bei Pokémon von Team Rocket? Ja, und das passt sehr gut zu meinem allerersten Dschungel-Video. Das erste Video war nämlich der große Kandidaten-Check und zwar mit Lucy, Tim und Felix, ganz genau. Und dieses Video hat zum jetzigen Zeitpunkt 1700 Aufrufe, was ich schon lange nicht mehr hatte im negativen Sinne. Also es ist absolut nicht gut bei euch angekommen. An sich ist das natürlich auch nicht schlimm, aber ich habe mich natürlich gefragt, woran liegt das? Liegt das am Thema Dschungel-Camp selbst? Das kann ich mir aber nicht so wirklich vorstellen, weil das Dschungel-Camp immer noch so der Klassiker ist, den wirklich fast jeder guckt. Ich glaube tatsächlich eher, dass es wahrscheinlich an den Kandidaten lag, die ich dort vorgeschlagen habe, denn die sind ja so gar nicht trashig. Also Felix von Jascherow, Lucy Diakowska und 24Tim haben ja eigentlich so nichts mit dem klassischen Trash-TV zu tun, was wir uns immer so gerne angucken. Deswegen tippe ich darauf, dass euch einfach die Leute nicht so richtig interessiert haben, was ja auch voll okay ist. Aber trotzdem lasse ich es nicht unversucht und wir probieren es noch einmal, denn die nächsten drei Kandidaten, die offiziell vorgestellt wurden, stammen tatsächlich aus unserer geliebten Trash-Welt. Es sind Kim Virginia, Mike Heiter und Layla und ich würde darauf tippen, dass euch diese Personen definitiv mehr interessieren. Und wir starten jetzt mit Kim Virginia, aber bevor wir zu dem offiziellen Podcast kommen und uns ein bisschen näher anschauen, was Kim so erzählt hat, wollen wir einmal kurz in ihre letzte Fragerunde reinschauen, die sie vor, ich glaube, zwei oder drei Tagen gemacht hat, denn dort hat sie sich natürlich bereits in Australien befunden und es gab ein paar interessante Fragen, wie zum Beispiel, dürfen sich die Kandidaten jetzt noch nicht treffen? Und sie sagt, nein, ihr seid live beim ersten Aufeinandertreffen dabei und das ist auch super wichtig, finde ich. Klar, der eine oder andere kennt sich schon vorab, gerade natürlich Kim und Mike, aber trotzdem, oder auch Fabio, der war ja auch mit dabei, aber trotzdem ist es wichtig, dass die Kandidaten sich ja nicht vorher untereinander schon kennenlernen. Eine Person wollte wissen, Mausi, seid ihr in verschiedenen Hotels? Und Kim sagt dazu, manche sind im gleichen Hotel, aber es wird extrem darauf geachtet, dass sich wirklich keiner vorher trifft oder sieht. Ja, jeder Kandidat hatte einen Bodyguard an seiner Seite, konnte zwar rausgehen und sich auch Australien ein bisschen näher angucken und so, aber die Bodyguards waren immer mit dabei und haben sich anscheinend auch abgesprochen. Abgesprochen. Mittlerweile sind die Begleitungen aber auch umgezogen. Ich glaube, gestern oder vorgestern sind sie auf jeden Fall ins Versace Hotel eingezogen. Der Klassiker, der nur bei uns noch Versace heißt und eigentlich schon vor einiger Zeit in Imperial umbenannt wurde. Und weiter geht's. Warum habt ihr einen Bodyguard? Und Kim sagt dazu, damit wir nicht ausbüchsen und andere Kandidaten treffen oder ins Hotel einladen. Wir sind ja paar freche Früchtchen. Ich glaube aber, das ist, ah, das müsste, glaube ich, neu sein oder relativ neu. Denn erinnert ihr euch daran, als damals mal ein Dschungelcamp in Südafrika stattfand, da hatten wir doch Tara und Philipp dabei. Und die beiden haben sich vorher getroffen, jeweils mit ihren Begleitungen. Und die einen haben die anderen in ein Hotelzimmer eingeladen. Die haben da schon einen Abend zusammen verbracht. Und Tara war da ja der Meinung, dass sie mit Philipp geflirtet habe und auch ein bisschen gekuschelt und so, was Philipp abgestritten hat. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Aber eventuell wurde das mit den Bodyguards deswegen eingeführt, damit sowas nicht schon wieder passiert. Und die letzte Frage. Könnt ihr euch in Australien slash in der Stadt frei bewegen? Und Kim sagt Folgendes dazu. Ja, man muss eben immer ein Bodyguard dabei sein. Ne, muss eben immer ein Bodyguard dabei sein und abgesprochen sein. Ansonsten kann jeder selbst ein bisschen planen, was er machen möchte. Und dann wird man vom Bodyguard dahin gefahren. Natürlich wird auch darauf geachtet, dass sich da keiner über den Weg spaziert oder Sonstiges. Die sprechen sich da haargenau ab. Dann wollte ich euch vorab noch ganz kurz eine Schlagzeile zeigen, die ich hier gesehen habe auf Promiewood. Denn Promiewood hat geschrieben, sie will SE, you know, im Camp. Kim Virginia will David Odonkor im Dschungelcamp verführen. Okay, hat diesmal nichts mit Mike zu tun. Wir gucken uns gleich noch an, was sie im Podcast zu diesen Themen gesagt hat. Und ich dachte mir dann, hmm, okay, David Odonkor, klar, kenne ich. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie sein Beziehungsstatus ist. Hab dann mal in die Kommentare geschaut und jemand hat hier geschrieben, er hat eine sehr intelligente, hübsche Freundin, die ihn nach Australien begleitet. Eine andere Person meinte, er reist alleine nach Australien. Keine Ahnung, was davon jetzt wahr ist, ob er jetzt Single ist oder keine Ahnung, ob Kim da irgendeine Chance hat. Aber wir warten es mal ab, denn Kim hat sich, glaube ich, schon vorgenommen, da ein bisschen auch liebestechnisch auf die Kacke zu hauen. Und damit kommen wir zum Podcast. Ich muss vorab dazu sagen, dass diese Podcasts, die ich euch hier vorstelle, alle im Dezember bereits aufgenommen wurden, als die Leute noch nicht wussten, wer die anderen Mitcamper sein werden. Kim Virginia hat sich zunächst selbst beschrieben und zwar als Maus, die sich traut, die Wahrheit auszusprechen. Und vielleicht fragt ihr euch, okay, Kim Virginia habe ich zuletzt bei Aito gesehen, wo war die denn noch? Sie hat ihre Karriere gestartet beim Bachelor, das haben ganz viele nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Vielleicht auch, weil sie damals noch blond war und, ja, das schon eine große Veränderung tatsächlich war. Damals kam es in der Nico-Staffel zu einem großen Stress mit Linda, die wir ja, ich glaube, vor zwei Jahren oder so im Dschungel gesehen haben. Nach dem Bachelor, der vor ungefähr drei Jahren ja ausgestrahlt wurde, ist Kim zu Temptation Island gegangen. Viele von euch werden sich daran erinnern an den Skandal mit Abdu. Dann war sie bei Bachelor in Paradise, aber ich glaube nur eine Folge lang oder so, ist relativ spät reingekommen und konnte da auch niemanden so an sich für sich gewinnen. Und besonders bekannt geworden ist sie jetzt eben durch die letzte Aito-VIP-Staffel. Kim kommt aus Mannheim und ist 28 Jahre alt. In der Liebe ist bei ihr derzeit nichts los, sie sei aber immer offen und will mal gucken, was im Dschungel so dabei ist. Im Dschungel würde sie eben auch flirten und sie hat gerade prominent getrennt gedreht mit Emanuel. Das war die erste Show, wo sie wirklich auch Challenges machen musste, was ja im Dschungel auch der Fall sein wird, in ähnlicher Form. Aber kommen wir nochmal zum Thema Flirten bei Kim Virginia. Flirten ist für sie wie ein kleines Spiel mit Knisterknister. Deswegen macht ihr das Spaß. Und sie flüchtet weder vorm Flirten noch vor Konfrontation, sondern eher, wenn es ihr zu deep wird. Das wissen wir ja schon von Aito mit Mike. Nach Aito hat sie allerdings fünf Monate lang noch Mike kennengelernt. Mike hat es diesmal verschnitzelt, laut Kim, und nicht sie, denn er sei in eine Depri-Stimmung gegangen. Sie habe ihm dabei zur Seite gestanden und hat ihn sogar mit ihrem Schamanen zusammen bearbeitet. Sie hat mit dem Schamanen, der auch ihre Dschungelbegleitung ist, sogar spirituelle Rituale für Mike gemacht, damit er gute Vibes bekommt. Mike war dafür auch offen und sei mitgekommen zum Schamanen. Dann generell zu Kims Liebesleben. Sie hatte oft tolle Männer in ihrem Leben und das Problem bei ihr sei nicht, dass sie von irgendwem verarscht wurde und deswegen eine Mauer hochgezogen hat, sondern dass Männer sie oft einengen wollten. Zum Beispiel wollte auch ihr erster Freund sie heiraten und ihre Freunde, die sie hat, die wollen immer irgendwie ihre Selbstständigkeit nehmen, die sie sich hart aufgebaut hat und die ihr sehr wichtig ist. Kim will nicht eingeengt werden von Männern und Männer versuchen oft, sie runterzuschrauben. Deswegen ist sie da vorsichtig. Kurz bevor sie dann mit den TV-Geschichten angefangen hat, also ihr Debüt beim Bachelor hatte, hat sie ihren Verlobten verlassen. Dann noch eine kleine Side-Info. Ihr leiblicher Vater hat sie mit 15 oder 16 rausgeschmissen von zu Hause. Deswegen ist Kim so selbstständig. Kim sagt von sich selbst, dass sie immer die Wahrheit sagt, also auch im Fernsehen, aber dass die Leute dann eben sauer sind, wenn sie das ausspricht und sie sich denkt, naja Leute, das ist doch sowieso auf Kamera. Da kam mir ehrlich gesagt die Situation mit Jenny und Shakira in den Sinn bei Aito. Ich finde, dass Kim sich vieles immer so ein bisschen dreht, wie sie es gerne haben möchte. Dort, klar, hat sie die Wahrheit gesagt, beziehungsweise die Wahrheit angeteasert, aber ihr erinnert euch wahrscheinlich an die Situation, ne? Als sie zu Shakira gegangen ist und gesagt hat, ja, du solltest mal mit Jenny reden. Jenny hat dir bestimmt was zu erzählen. Und damit quasi schon ausgeplaudert hat, dass irgendwas im Busch ist. Und Jenny hatte sich ja auch vorgenommen, mit Shakira zu reden, nur nicht in den ersten zwei, drei Minuten. Und ihr wurde das dann eben von Kim Virginia vorweggenommen, weil Shakira dann selbstverständlich nicht abgewartet hat. Ist ja auch klar, dass man dann neugierig ist und wissen will, wie, warum will die mit mir reden, was ist denn jetzt passiert, geht es um Marvin. Dass sie dann eben zu Jenny gegangen ist. Und Jenny war ja überhaupt nicht amused darüber, dass Kim das direkt ausgeplaudert hat und ihr nicht mal ein bisschen Zeit gegeben hat, das selber anzusprechen. Und ich glaube, das sind solche Gründe, warum viele Mitkandidaten von Kim eben gesagt haben, dass sie eine Tratschtante ist. Kim hat auch hier wieder, wie bei Aito gesagt, dass sie sich die Sendung vorher nie anschaut. Also sie hat behauptet, sie habe Aito vorher noch nie gesehen und den Dschungel eben auch nicht, außer damals mal so als kleines Kind. Die anderen Kandidaten seien laut Kim alle davon abhängig, dass sie jetzt in den Dschungel gehen, aber sie nicht. Ja, ich weiß nicht. Die Aussage fand ich ein bisschen schwierig, weil ich es auch bei den anderen Kandidaten nicht immer so empfinde. Also klar, früher war so das Klischee, ist deine Karriere am Ende, dann gehst du in den Dschungel, das ist quasi die letzte Station und du brauchst dann das Geld, weil du dich verschuldet hast und so. Und bei ganz, ganz, ganz vielen Kandidaten, vor allem in der Vergangenheit war das auch so. In den letzten Jahren hat sich das gewandelt und der Dschungel ist mehr zu einem normalen Reality-Format geworden, das nicht die Endstation ist, sondern eine weitere Karrierestufe für viele. Zum Beispiel gerade für die Neuen, wie auch Kim Virginia, Mike Heiter, Leila, Fabio und so, ist der Dschungel mit Sicherheit nicht die Endstufe und die sind mit Sicherheit auch finanziell nicht darauf angewiesen, dass sie jetzt nochmal in den Dschungel gehen müssen, weil sonst das Leben irgendwie vorbei ist und sie keine anderen Möglichkeiten mehr haben. Bei anderen Leuten ist es auch nicht so, wie Felix von Jascherow, der hat sein GZSZ und seine weiteren Bühnenaufführungen, die er sonst noch macht. Wen haben wir denn noch? Ach, ja, hast du Cora Schumacher? Ja, da wird es langsam schon wahrscheinlich ein bisschen eng, aber die soll ja auch angeblich so eine richtig, richtig hohe Gage bekommen. Was ich nicht wirklich glauben kann, also die Presse berichtet, sie soll angeblich eine halbe Million bekommen, da frage ich mich aber ehrlich gesagt, wofür. Weil ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass Cora Schumacher da so einen großen Mehrwert reinbringt. Aber okay, wir gucken mal. Dann noch kurz zu Kims Ängsten. Sie hat Höhenangst, sie hat Klaustrophobie, sie hat Angst vor Krabbelfiechern und Angst vor Wasser. Also super Voraussetzung für den Dschungel. Aber ihre größte Challenge wird wohl das Klo, denkt sie. Kommen wir damit zur zweiten Kandidatin und zwar zu Leila. Und auch hier möchte ich euch vorher kurz einen Clip von ihr zeigen, eine Story, die sie aufgenommen hat. Denn auch sie ist natürlich schon vor einiger Zeit nach Australien geflogen, hat dort tatsächlich auch einen Döner gefunden, den sie sich direkt einverleibt hat. Und dort etwas zu den Pressemitteilungen gesagt, dass Leila eben auf Flirts und Männerfang im Dschungel aus ist. Also das wird hier jetzt ein bisschen von mancher Presse so hingestellt, als ob ich hier unbedingt auf einem Flirt aus bin und unbedingt den Mike vernaschen will. Leute, ich habe gesagt, ich bin einem Flirt nicht abgeneigt und dass es da nur einen Single gibt. Also wenn ich flirten würde, kann es ja nun eher sein, weil ich mich ja bestimmt nicht da an einen vergebenen Mann ranmache. Ich habe gesagt, ich werde dafür offen, aber ich werde bestimmt nicht auf Krampf, mich hier auf irgendjemanden reinsteigern oder Sonstiges. Ich bin da, um mir die Krone zu holen und nicht wegen einem Pimmelchen, ne? Tja, aber wie ist die Presse überhaupt darauf gekommen, dass Leila sich dort einen Mann klar machen will? Das finden wir jetzt raus im Podcast. Und nochmal, der Podcast wurde im Dezember bereits aufgenommen, bevor Leila überhaupt wusste, wer dort einzieht. Woher kennt man Leila überhaupt? Sie hat noch nicht ganz so viele Shows gemacht, deswegen kann ich die auch hier an einer Hand abzählen. Sie hat ihre Karriere gestartet bei X on the Beach, dann ist sie zum Bachelor gegangen bei David und jetzt zuletzt war sie bei Bachelor in Paradise zu sehen. Eventuell erinnert ihr euch daran, dass sie bei X on the Beach herausgeflogen ist. Das wird mittlerweile ziemlich oft totgeschwiegen und gar nicht mehr wirklich thematisiert. Wahrscheinlich, weil man Leila in ein besseres Licht rücken möchte. Aber ich persönlich fand es unter aller Kanone, was damals bei X on the Beach abgegangen ist. Ja, Leila ist generell eine Person, die ich auch manchmal ganz witzig finde, gerade auch mit ihrem Döner und wie sie dann Geschichten erzählt und so. Da hat sie schon eine gute Ader für Humor und was gut draußen bei den Leuten ankommt, ja. Aber nichtsdestotrotz sollte man nicht vergessen, wie extrem gewalttätig sie damals bei X on the Beach geworden ist und deswegen ja auch rausgeschmissen wurde. Ja, und da geht die Meinung jetzt auseinander. Sollte man Leila generell nicht mehr in TV-Shows einladen, sollte man es dennoch tun und darüber hinwegsehen. Würde mich mal interessieren, wie ihr die Sache seht. Schreibt sehr gerne mal in die Kommentare, findet ihr es gut, dass Leila jetzt zum Beispiel im Dschungel ist, gerade in so einem großen Format, nachdem sie in der Vergangenheit ja ordentlich gewalttätig wurde. Und vielleicht im selben Zug auch, was ihr davon haltet, dass Kim Virginia dort zu sehen ist. Denn Kim Virginia wurde ja jetzt wieder aus einer TV-Show rausgeschmissen und zwar von prominent getrennt, was ja leider noch nicht ausgestrahlt wurde. Aber angeblich, und deswegen sage ich angeblich, weil wir es noch nicht gesehen haben und es noch nicht hundertprozentig wissen. Aber es gibt eben diese Gerüchte und Behauptungen, dass sie dort Max Bornmann geschlagen haben soll. Aber zurück zu Leila. Leila hätte nie damit gerechnet, dass sie für den Dschungel gecastet wird. Und sie hat sich auch keinen Plan gemacht für den Dschungel. Sie ist selber gespannt, wie sie da so rüberkommen wird. Und sie wird auf jeden Fall das Beste aus dem Essen machen und kochen. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn man sich ihren TikTok-Account oder ihren Insta-Account anschaut, dann ist da sehr, sehr viel, was das Thema Essen und Kochen eben angeht. Im Dschungel wird sie auf jeden Fall eine Bezugsperson vermissen. Und viele unterschätzen sie, findet sie, weil sie immer lacht und lieb ist. Die Nachbarn von Leila sind ziemlich genervt von ihrer Lache und haben sich auch schon mehrmals darüber beschwert. Im Dschungelcamp kann sie sich deswegen auch vorstellen, dass sie ihre Mitcamper damit nerven könnte. Aber sie glaubt, so viel gibt es im Dschungel auch gar nicht zu lachen. Bei Bachelor in Paradise oder BIP ist ja Laura, ach Laura, Leila, sorry, freiwillig gegangen, weil sie dort eben keine Liebe gefunden hat. Aber im Dschungel wird sie die Arschbacken zusammenkneifen und das Ding durchziehen. Sie hat sich auch bereits vorgenommen, in der Nacht Klopapier in ihre Ohren zu stopfen, um zu verhindern, dass dort keine kleinen Viecher reinkrabbeln. Ihre Luxusgegenstände sind ein Kissen und Lipgloss. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, warum die Presse, glaube ich, so darauf angesprungen ist. Denn sie hat gesagt, dass sie sich einen Hottie im Dschungel wünscht. Sie ist nämlich Single. Und welchen Hottie würde sie sich denn reinwünschen? Und nochmal, die Podcasts wurden im Dezember aufgenommen, als Leila noch gar nicht wusste, wer auch schon unter Vertrag steht. Und sie hat namentlich die folgenden Leute genannt. Mike Heiter, Max Bornmann und Diogo. Ja, und den Mike Heiter, den bekommt sie ja jetzt. Aber das war noch nicht alles. Es gibt noch mehr zu der Geschichte mit Mike. Leila glaubt nämlich, dass die Chancen bei Mike nicht ganz so gut stehen würden, denn sie hatte mal Kontakt mit einem von Mikes Freunden. Sie hat dort keine Namen genannt, keine Ahnung mit wem. Ob es Eugen war, sein bester Kollege oder irgendein anderer Freund, wissen wir nicht. Und zwischen Leila und diesem Freund soll wohl nichts gelaufen sein. Die haben sich nur ganz normal kennengelernt, so ein bisschen geschrieben, aber haben wohl auch nichts Sexuelles miteinander gehabt. Aber wir wissen ja auch, dass Mike sehr, sehr großen Wert auf diesen sogenannten Bro-Code legt und deswegen wahrscheinlich nichts mit Leila anfangen würde. Aber Mike hat auch schon des Öfteren Sachen gesagt, die er sich im Endeffekt anders überlegt hat. Wie zum Beispiel, dass Kim Virginia bei ihm verschissen hat und wenn der Respekt einmal weg ist, dann bleibt er auch weg. Im Endeffekt war es ja dann doch nicht so. Der letzte Punkt zu Leila, bevor wir dann auch wirklich zu Mike Heiter kommen, ist, dass Leila Respekt vor den Unterwasserprüfungen hat, aber auch vor Höhe und vor Krabbeltieren. Sie würde lieber was Ekliges essen, als dass eine Spinne über sie krabbelt. Und damit kommen wir jetzt zum Thema Mike Heiter und zum dritten Kandidaten. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft und tatsächlich wird das, glaube ich, nicht ganz so lange dauern, denn der Podcast von Mike war recht kurz. Mike hat erst mal erzählt, dass er schon immer gerne ins Dschungel kämpfen wollte und falls ihr euch erinnert, war er ja auch schon zweimal Begleitperson. Erst einmal bei seiner damaligen Freundin Elena und dann letztes Jahr bei Gigi Bürofio. Mike hat schon einige Formate gemacht, die werde ich jetzt nicht alle aufzählen, aber seine Karriere startete er damals eben bei der ersten Staffel Love Island und die war ja wirklich sehr, sehr legendär. Dort war er aber die ganze Zeit verkappelt mit Catherine oder, wie letztens schon gesagt, liebevoll auch Chetrin genannt. Und danach ist er aber mit Elena zusammengekommen, die auch sehr, sehr schnell von ihm schwanger wurde. Die letzte Show, in der wir Mike gesehen haben, in der er auch sehr, sehr beliebt war, war i2vip und er meinte, vielleicht gibt es ja auch die richtige Frau für ihn im Dschungel. Er guckt dann mal, er ist bereit und er ist Single. Also sowohl Layla als auch Kim und Mike sind dem Flirten und dem, ja, romantischen Näherkommen im Dschungel auf jeden Fall nicht abgeneigt. Das heißt, sie werden auf jeden Fall ihrem Ruf als Kandidaten aus Bumsformaten gerecht werden. Und da gehen die Meinungen total auseinander. Es gibt Leute, die haben da gar keinen Bock drauf. Es gibt Leute, die sagen, ja, cool, ist mal irgendwie was anderes, wenn es mal wieder eine Liebesgeschichte gibt. Wie geht es euch da? Habt ihr Bock, dass aus dem Dschungel ein Bumsformat wird? Oder habt ihr da eher nicht so Lust drauf? Mir persönlich, ich glaube, mir ist es egal. Ich habe nur keine Lust, dass wirklich die ganze Zeit irgendwie eine Liebesgeschichte oder so thematisiert wird, wenn die irgendwo am Rande stattfindet. Ja, meinetwegen, so juckt mich jetzt nicht so wirklich. Aber für Datingshows haben wir da wirklich andere Sendungen, die wir uns angucken können. Und Dschungel soll Dschungel bleiben. Mike auf jeden Fall schließt auch nicht aus, mit jemandem Geschlechtsverkehr im Dschungel haben zu können. Man muss halt ein bisschen gucken, wie die hygienischen Umstände da so sind. Seine Begleitung für den Dschungel ist Eugen. Kennen wir natürlich auch alle. Die beiden kennen sich schon seit 12 oder 13 Jahren ungefähr. Und ich glaube, Mike ist um die 32 Jahre alt. Ich glaube, so um den Dreh. Das heißt, die haben sich anscheinend kennengelernt oder sind beste Freunde, seit sie so 18, 19 sind. Ja, ist ja schon eine lange Zeit. Mike hat sich für den Dschungel auf jeden Fall nichts Spezielles vorgenommen. Dann hat Mike noch ausgeführt, dass er sich auf jeden Fall wünschen würde, seine Tochter Aileen öfter sehen zu können und dass das momentan leider nicht der Fall ist. Falls ihr es nicht wisst, Mike kommt ja genauso wie ich aus dem Ruhrgebiet und ich glaube, er wohnt in Essen. Und Elena ist ja aus der Schweiz und wohnt da auch. Ich meine, in Zürich oder so. Ja, halt mit Aileen. Darüber hinaus meint Mike, dass er mittlerweile öfter für sich einsteht, zum Beispiel, wenn er beleidigt wird und dass er jetzt eben viel Wert auf Respekt legt. Und wenn der Respekt einmal weg sei, dann bleibt er auch weg. So, das sind Sachen, die wir ja bei Aito schon des Öfteren von ihm gehört haben, als er so viel Stress mit Kim hatte beziehungsweise als Kim ihn enttäuscht hat, was auch verständlich war. Aber Mike ist jetzt nicht unbedingt so der Typ, der das sagt und sich dann noch hundertprozentig daran hält. Ist aber auch nicht schlimm. Aber er stellt es halt hier und auf Social Media und in der Show immer so dar, als wäre es so, wenn er eine Entscheidung trifft, dass die auch so bleibt. Und wenn der Respekt einmal weg ist, dann kriegt man den auch nicht zurück. Und dann war es das auch. Na, in dem Falle mit Kim. Aber im Endeffekt war es ja nicht so. Er hat ja nach dem Aito-Dreh dann noch fünf Monate lang ungefähr Kim weiter kennengelernt. Die beiden waren nie ein offizielles Paar, aber haben sich eben noch monatelang weiter gedatet. Und wie gesagt, das ist nicht schlimm. Natürlich darf man seine Meinung ändern. Natürlich darf man seine Entscheidung überdenken. Aber so klipp und klar, wie Mike es oft darstellt, ist es nicht. Darüber hat Mike noch betont, dass ihm das schon immer wichtig war, also respektvoller Umgang und so. Aber bei Elena habe er gelernt, das zu ertragen und habe das nur mit sich machen lassen, weil die beiden eben zusammen ein Kind hatten. Beziehungsweise nicht hatten, sondern eben haben. Dann zum Abschluss ging es noch kurz um das Thema Abnehmen und Essen im Camp. Mike hat dann erzählt, dass er vor Famefighting, also dem Boxkampf, an dem er ja teilgenommen hat, sehr schnell zehn Kilo abgenommen hat. Danach hat er wieder schnell zehn Kilo draufgepackt und im Dschungel geht er davon aus, dass er bestimmt schnell wieder abnimmt. Ja, davon gehe ich auch aus. Und dass es vor allem Muskelmasse sein wird. Gut, und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hatte gehofft, dass ich es noch schaffe, fertig zu schneiden und hochzuladen, bevor ich gleich zur Akupunktur gehe. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Es ist jetzt gerade bei mir 11.29 Uhr. Ich wollte es eigentlich früh hochladen, aber tut mir leid. Ich werde es jetzt so machen, weil normalerweise bekommen die Mitbewerbs, Mitglieder auf meinem Kanal, ja Videos immer vorab zur Verfügung gestellt. Aber damit es heute einfach nicht so spät wird, werde ich heute dieses Video direkt von Anfang an für alle Öffentlichkeit, äh, Öffentlichkeit, für alle öffentlich zur Verfügung stellen. Einfach damit wir uns alle frühzeitig schon mal einstimmen können auf den Dschungel, der ja heute Abend schon losgeht. Aber wie gesagt, ich werde versuchen, mich zu beeilen. Ich habe jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde, bevor ich los muss. Denn ihr wisst ja, dass ich diese geburtsvorbereitende Akupunktur einmal die Woche mache. Ja, und gestern war ich auch beim Osteopathen, beziehungsweise bei der Osteopathin. Mir geht es auch mittlerweile deutlich, deutlich besser. Ich glaube, das hat man auch gemerkt, was die Erkältung angeht. Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr so verschnupft bin und dass meine Stimme sich auch, glaube ich, wieder relativ normal anhört. Am Anfang der Woche hatte ich schon ein paar Termine, die ich deswegen abgesagt habe, weil da ging wirklich gar nichts bei mir. Aber gestern Osteopathin war eigentlich schon ganz gut, hat mir auch wirklich gut gefallen und heute eben wirklich, heute wieder geburtsvorbereitende Akupunktur. Und ich habe der Osteopathin gestern gesagt, dass ich an sich so keine Beschwerden habe und dass meine Schwangerschaft auch generell sehr, sehr komplikationslos verlaufen ist bis jetzt und dass ich ihr jetzt nicht irgendwie bestimmte Stellen nennen kann, wo ich Schmerzen habe oder woran sie arbeiten soll, sondern dass es mir eben generell darum geht, mein Becken und meinen Körper auf die Geburt vorzubereiten. Und sie hat dann da ihre Magic halt gemacht mit ihren Magic Fingers und hat dann später zu mir gesagt, dass es schon gut war, dass ich gekommen bin, weil es manchmal halt Verspannungen gibt, die man selber gar nicht so merkt. Ich habe ja auch nichts gespürt. Ich dachte, bei mir ist alles okay. Aber sie hat wohl gemerkt, gerade als sie meine rechte Gesäßbacke bearbeitet hat, dass meine rechte Seite ein bisschen verspannter ist als meine linke Seite und dass ich das so an sich nicht spüre, aber dass das bei der Geburt zu Problemen hätte führen können, wenn das nicht so in Balance ist. Und sie versucht jetzt halt, mein Becken so in die richtige Balance zu bringen, dass beides so ausgeglichen ist. Aber gut, genug gequatscht. Ich werde mich jetzt beeilen. Ich drücke euch ganz doll, wie immer. Und danke fürs Zuschauen und viel, viel Spaß beim Dschungelcamp. Ich werde es auf jeden Fall haben. Bis dahin. Tschüssi. Mua. 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 Mua.